hey 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 bei dem chaos da draußen ist die botschaft immer wieder räum dein inneres haus auf step back verbinde dich mit dir komm in deine mitte und vor allem nutze die medizin der bäume nutze die medizin des waldes und es gibt ein wunderschönes lied ich habe es neulich gesungen bei unserem unite event im portugiesischen original und hier kommt meine übersetzung für euch auf deutsch der urwald was er für uns tun kann des liedes von karen floresta die medizin des waldes und hier kommt die medizin des waldes und hier kommt die medizin des beruhige du unsere gedanken mit deinem frieden bist du uns eine große hilfe mit deinem frieden bist du uns eine große hilfe berühre du unsere herzen berühre du unsere herzen mit deinem grünen mantel so schön und auch so beschützend mit deinem grünen mantel so schön und auch so beschützend berühre du unsere herzen wir sie wir sagen danke weil wir immer deine kinder sein werden wir sie Wir sagen Danke, weil wir immer deine Kinder sein werden. Ja, da, 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 da. Immer wenn die Angst wiederkommt, wenn Unsicherheit da ist, verbindet euch mit dem Wald, verbindet euch mit der Natur. Das Wichtigste ist, dass alle von uns jetzt in einer schönen Kraft immer sind, positiv für die Natur, für die Menschheit. Aho, ein kleines Live-Video hier vom Land für euch mit diesem wunderbaren Lied. Dankeschön. Ciao.